Willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es das Thema Rückkopplung bzw. darunter die Unterstichpunkte mit Kopplung und Gegenkopplung geben, wie man es hier auch schon auf dem Bild sehen kann. Im Endeffekt ist alles eigentlich ein großes Thema. Es geht da nur um unterschiedliche Vorzeichen, aber es ist doch dennoch wichtig zu wissen, warum man vielleicht welches vor allem verwendet und welches man vor allem nicht verwenden sollte bzw. in den meisten Fällen eher nicht verwendet und was generell die Rückkopplung ist, was vielleicht auch den Unterschied zwischen Steuerung und Regelung ausmacht. Also wir befinden uns ja jetzt mit der Rückkopplung, mit der Gegenkopplung vor allem im Thema eher der Regelung, weniger in der Steuerung, weil wir versuchen mit unserem Eingangssignal, was auf den Ausgang durch irgendeine Funktion übertragen wird, wieder rückzukoppeln auf den Eingang mit diesem Ausgangssignal und damit halt das Eingangssignal wieder so zu variieren, dass wir unser Ausgangssignal im Endeffekt wieder anpassen, also zum Beispiel so ein typisches Einschwingverhalten oder ähnliches aufweisen zu können. Genau, was wir jetzt einmal zeichnen können, ist ja die Rückkopplung an und für sich. Das ist ja das Allgemeine, aus dem dann quasi beide Schaltbilder entstehen für die Mit- und die Gegenkopplung und da geht es immer so los, dass wir irgendwo einen Eingang haben, das ist meistens unser Stellglied, das U, dann gehen wir durch irgendeine Übertragungsfunktion, meistens ist dieses FO von S ein Regler und eine Strecke, zum Beispiel eine Strecke, die vorgegeben ist und ein Regler, den wir auf diese Strecke anpassen und dann kommen wir auf unseren Ausgang Y raus. Was wir dann tun, ist bei der Rückkopplung allgemein einfach erstmal den Ausgang wieder auf den Eingang zurückkoppeln, da ist jetzt bei der Rückkopplung erstmal egal, ob da ein Plus oder ein Minus steht, da geht es erstmal nur darum, dass wir verstehen, okay, wir nehmen jetzt so einen Ausgang, verändern da irgendwie was vom Ausgang auf den Eingang und geben das wieder auf den Ausgang, also wir haben irgendeine Schleife, die immer wieder durchlaufen wird und sich zum Beispiel einschwingen kann oder auch aufschwingen kann. Und jetzt bei dem Stichwort ein- und aufschwingen kommen wir dann zur Mit- und zur Gegenkopplung, bei der Mitkopplung haben wir tatsächlich öfter ein Aufschwingen, weil wir ja im Endeffekt uns überlegen können, was passiert, wir haben zum Beispiel, stecken wir eine 5 oder sowas rein, dann durchläuft die diese Strecke und dann kommt hier hinten nur noch eine 3 oder sowas raus, also jetzt mal rein abstrakt betrachtet, dann würden wir bei der Mitkopplung das hier drauf addieren, also nur das Plus wählen, dann hätten wir aus der 5 schon eine Plus 3, eine 8 gemacht, gehen wieder 3 zurück oder 4 oder so weiter, dann wird es immer größer und dementsprechend die Verstärkung immer, immer höher. Womit wir halt im Endeffekt, je nachdem ob es eine Sättigung gibt oder nicht, in eine Sättigung treten oder halt tatsächlich instabil werden, kaputt gehen, deswegen halt auch eine Mitkopplung eher seltener wählen, aber dazu halt das Schaltbild, kann man sich ja jetzt schon denken, es ist eigentlich nur die Addition mit drin, wichtig ist da vielleicht nochmal die Übertragungsfunktion gleich, die kann man aber immer auch sehr schnell aufstellen, das sollte hoffentlich nicht so das Problem sein. Das heißt, hier ist jetzt eine Addition, die zurückgeführt wird, statt eine Subtraktion und das wird tatsächlich genau deswegen auch weniger verwendet, man kann es sich ja wie gesagt vorstellen, wenn man eine Addition zurückführt, kommt immer mehr auf den Eingang rein, dann wird es immer größer und immer stärker, das könnte unser System schnell instabil und zerstören. Was wir da als Übertragungsfunktion haben, ist ja immer Ausgang durch Eingang, y von s durch u von s, das nennen wir auch g von s als Übertragungsfunktion und das ist in dem Fall fo von s durch 1 minus fo von s. Ja, da darf man sich nicht verwirren lassen, obwohl hier ein Plus steht, kommt hier ein Minus hin, gleich wenn da ein Minus steht, kommt da ein Plus hin, das ist halt relevant. Genau, und jetzt denke ich, dass du die Regelungstechnik auf jeden Fall am wichtigsten verwendete, ist natürlich die Gegenkopplung. Bei der Gegenkopplung, wie der Name schon sagt, koppel ich gegen, also das heißt, ich ziehe wieder was ab, und zwar genau mein Ausgang vom Eingang wieder, das heißt, ich habe auch hier wieder mein y von s und koppel jetzt mit einem Minus zurück meinen Ausgang. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie einstelle, mein Regler soll eine 5 rausgeben und dann verstärkt meine Funktion das Ganze viel zu sehr und es kommt hier eine 8 raus oder so, dann wird hier wieder abgezogen, dann bin ich erstmal negativ, dann baut es wieder etwas ab und so weiter, sprich, dass ich mich selbst regulieren kann. Also, wenn ich zu viel reinstecke, beziehungsweise die Strecke ist zu sehr verstärkt, dann wird automatisch der Ausgang, der zu hoch ist, zurückkoppeln, negativ, so dass wir am Eingang wieder was Kleineres rauskriegen und im Endeffekt unser System selbst regeln. Dazu gibt es dann, wie gesagt, viele Regleinwurfsverfahren, wie man das Ganze einstellen soll. Darum soll es heute aber nicht gehen, das findet ihr alles in der Playlist nochmal zur Regelungstechnik. Auch hier die Übertragungsfunktion, wie der Ausgang durch Eingang, nur wie ich eben schon gesagt habe, kommt dann daraus fo von s durch 1 plus fo von s. Das kann man aber, wie gesagt, auch relativ einfach aufstellen, indem man sich eine Hilfsgröße macht, also man könnte relativ einfach einfach sagen, hier ist y von s, dann nennt man diese Größe hier a von s und dann schaut man sich an, okay, a von s ist gleich u von s minus y von s und y von s ist fo von s mal a von s. Dann setzt man die beiden Gleichungen ineinander rein und kürzt das a von s raus und dann kommt man genau auf diese Übertragungsfunktion. Analog geht das Ganze auch hier, hier könnte man auch sagen, das wäre zum Beispiel b von s und genau die Gleichung wieder aufstellen und dann kommt man auch auf die Übertragungsfunktion. Ich hoffe, bis dahin war das Ganze klar, wenn nicht, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, was das Problem sein könnte, beziehungsweise wo Unklarheiten sind. Und ansonsten, falls es euch interessiert, gerade in die Richtung Gegenkoppelung, Mitkoppelung, Rückkopplung geht es ja tief in die Regelungstechnik rein, haben wir eine ganze Playlist zu gemacht, die ist auch nochmal unten verlinkt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.